Guten Tag, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich will zuerst was zur Volksabstimmung in der Schweiz sagen. Wir begrüßen das gestrige Ergebnis außerordentlich und zwar aus zwei Gründen. Erstens wird es sicher dazu beitragen, dass jetzt auch in Deutschland die längst überfällige Frage zur Ungleichheit diskutiert wird. Wir halten es ohnehin für nicht vertretbar, dass im Durchschnitt die Manager der DAX notierten Konzerne das 54-fache ihrer Angestellten verdienen oder Herr Winterkorn das Tausendfache einer Durchschnittsrente im Jahr bekommt. Das hat ehrlich gesagt mit Leistung und Leistungsgerechtigkeit gar nichts zu tun. Kein Mensch kann das 50- oder gar 100- oder 200-fache eines normalen Facharbeiters oder Angestellten an Leistung erbringen. Und wir haben ja schon mit unserem Wahlprogramm einen Vorschlag in die Debatte eingebracht, dass nämlich das Gehalt eines Managers das 20-fache seines durchschnittlich bezahlten Angestellten oder Arbeiters nicht übersteigen soll. Und wir werden auch als Linke die gesellschaftliche Debatte über die Begrenzung von Reichtum mit anstoßen. Es hat sich ja auch im Übrigen in der Schweiz gezeigt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung uns da ganz bestimmt folgen wird. Und zweitens, wir werden eine ebenso überfällige Debatte darüber bekommen, dass Volksabstimmungen über zentrale Fragen, die in der Gesellschaft anstehen, enorm wichtig sind. Auch wir sind dafür, dass das Volk über Kernfragen direkt abstimmen soll. Sei es über die Frage, ob der Steuerzahler Hunderte von Milliarden aufbringen soll, um Banken, die sich verspekuliert haben, zu retten. Oder sei es eben auch über die Frage eines gesetzlichen Mindestlohns. Über solche Fragen sollte die Bevölkerung mitentscheiden. Deswegen müssen Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und sowas erleichtert und ermöglicht werden. Das zweite Thema, auf das ich eingehen will, ist auf den Bundesratsbeschluss am Freitag zum gesetzlichen Mindestlohn. Wir bewerten diesen Beschluss als einen Meilenstein. Eine rot-rot-grüne Mehrheit hat für einen gesetzlichen Mindestlohn gestimmt. 8,50 Euro bedeuten einen Einstieg. Wir wollen zwar mehr, aber immerhin, das war was, was unter den Ländern offensichtlich konsensfähig war. Wir werden im Wahlkampf weiter für 10 Euro Mindestlohn werben. Nicht zuletzt deshalb, weil man unter 10 Euro die Stunde nicht auf eine Rente kommt, die auch nur den Sozialhilfesatz überschreitet. Wir brauchen also 10 Euro, im Übrigen auch in Verbindung mit unseren Rentenkonzepten, damit die Leute, die Menschen eine auskömmliche Rente bekommen können. Und wir werden natürlich nach der Wahl eine Anhebung auf 10 Euro beantragen. Aber zurück zur aktuellen Lage. Jetzt muss der Bundestag über den Beschluss befinden. Die Opposition steht zum ersten Mal in einer zentralen Frage. Leider erst vor Schluss der Periode einig zum gesetzlichen Mindestlohn. Die Regierung streitet darüber, wie sie mit umgehen soll, einmal mehr. Ich glaube, Frau Merkel wäre gut beraten, von ihrer gewohnten Problemlösungsstrategie abzugehen, nämlich das Aussitzen. Sie wäre gut beraten, jetzt einen Mindestlohn-Gipfel mit allen Parteien einzuberufen und einen Konsens für einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland zu suchen. Dieser Konsens wäre längst überfällig. Das dritte Thema, das ich ansprechen will, ist Stuttgart 21. Gestatten Sie mir hier als Stuttgarter ein paar Bemerkungen dazu, zu diesem gigantischen Desaster. Ich sage es in aller Kürze, die Baden-Württemberger haben in einer Volksabstimmung diesem Gigantonomie-Projekt zugestimmt, aber unter anderen Voraussetzungen. Sie haben nämlich einen Kostenvorbehalt gemacht, der nun hinfällig ist. Deswegen wäre es das Ehrlichste, jetzt die Volksabstimmung zu wiederholen und den Menschen in Baden-Württemberg offenen Wein einzuschenken, was der tatsächliche Kostenrahmen sein wird. In diesem Zusammenhang verstehe ich auch, ehrlich gesagt, die Haltung vom grünen Ministerpräsident Kretschmann ist, der ja vermeintlich gegen dieses Projekt ist, dass er immer wieder betont, dass das Ergebnis der Volksabstimmung steht, obwohl es doch unter ganz anderen Voraussetzungen gemacht wurde. Man kann heute schon voraussehen, dass dieses Projekt doppelt so viel kosten wird, wahrscheinlich einen zweistelligen Milliardenbetrag, wenn es denn jemals überhaupt zu Ende geführt wird. In Stuttgart spricht man ja inzwischen nicht mehr von Stuttgart 21, sondern von Stuttgart 24. Wir gehen auch davon aus, dass der Bundesrechnungshof jetzt noch mal genauer hinschauen wird. Er hat das Jahr 2008 schon mal getan und das bringt mich zu einer weiteren Anmerkung, die ich hier noch mal machen will. Bei dem Prüfbericht 2008 hießen die Finanzminister Steinbrück und der Verkehrsminister Tiefensee. Und damals ging der Bundesrechnungshof schon von einer Kostenexplosion auf 5,3 Milliarden Euro aus und der Finanzierungsanteil wurde noch mit Tricks bei der Immobilienverrechnung nach unten gerechnet. Und der Bericht kam genau zu dem Zeitpunkt, als über die Finanzierungsvereinbarung zu diesem Projekt verhandelt wurde, die dann auch im März 2009 ohne nennenswerte Konsequenzen geschlossen wurde. An der Ausarbeitung dieser Vereinbarung waren auch wieder beide Ministerien, also sowohl Herr Tiefensee als auch Herrn Steinbrück, beziehungsweise zumindest ihre Häuser beteiligt. Ich fasse also zusammen, Herr Tiefensee und Herr Steinbrück mussten davon ausgehen, dass über Gelder in dieser Größenordnung entschieden wird und sie müssen es eigentlich auch gewusst haben. Und sie wussten auch, dass hier durch Finanzierungstrick der Kostenanteil des Bundes heruntergerechnet wurde. Im Kern hat der Bund durch den Verzicht auf die Verrechnung der Erlöse aus den Grundstücksverkäufen einen Guteil der Mehrkosten getragen. Der Rechnungshof schätzt diese Erlöse auf ungefähr 1,4 Milliarden Euro und im Kern bleiben die Kosten bei den Steuerzahlern hängen. Herr Tiefensee und Herr Steinbrück haben in vollem Wissen der ungedeckten Risiken in erheblicher Höhe eine Finanzierungsvereinbarung getroffen, obwohl sie wissen mussten, dass ein viel zu niedriger Rahmen dafür ausgehandelt wurde. Beide haben deshalb Veranlassungen über ihre politische Mitverantwortung zu diesem Desaster, das jetzt in Stuttgart vorhanden ist, nachzudenken. Und ich fordere sowohl Herr Steinbrück als auch Herrn Tiefensee, auf sich endlich in der Sache zu äußern. Seit wann haben Sie persönlich von den Risikowarnungen des Bundesrechnungshofes gewusst? Warum haben Sie nicht reagiert? Warum haben Sie die Öffentlichkeit durch Verschweigen getäuscht? Ich glaube, auch Sie wären gut beraten, dieses Thema nicht auszusitzen. Die Linke wird sicher Mittel und Wege finden, diese Fragen auch im Parlament zu stellen.